Ja, servus Leute und willkommen in diesem neuen ASMR-Video. Wir spielen Rocket League. Drei gegen drei. Kompetitiv. Wünscht mir Glück. Let's go. So, gestern habe ich ein bisschen Off-Camp gespielt. Da hatte ich relativ viel Glück gehabt. Mal gucken. Ich gehe lieber mal in Deckung. Genau, da kommt jemand. Ball erobert. Okay. Ah. Der wird nicht mehr gefährlich. So, jetzt einmal lieber außen. Wo geht der? Ah, nee. So, nochmal. Der Gegner ist ein Tick besser. Was macht der Teammate da vorne? Der ist AFK. Guter Schuss. Ja, momentan ist der Gegner besser. Was? Parade? Null. Okay. Jetzt ist beim Gegner in der AFK. Sehr schön. Ah, Mist. Was macht der? Er steht schon wieder da und macht gar nichts. Seht ihr das? Der steht einfach da. Und macht nichts. Naja. Vielleicht kann man es nochmal rausholen. Nee. Er macht einfach gar nichts. Boah. Echt mies. Musste ich jetzt schreiben. Ja. Der kann eigentlich gehen. Der stört nur. Jetzt hat es drinnen. Super. Anschlusstreffer. Er wird wahrscheinlich nichts mehr bringen. Okay. Der spielt nicht mit. Ja, endlich Verbindung verloren, ey. Kann man echt nicht gebrauchen. Kompetitiv halt auch. Mist. Gleich wieder in die Verteidigung. Ja. Ich habe noch fünf Boost. Ist nicht viel. Mal gucken. Mist. Hätte ja werden können. Oh. Oh mein Gott. Sehr gefährlich. Bah. Okay. Zwei Minuten noch. Da ist noch alles drin. Zu zweit. Schlecht getroffen. Jetzt vielleicht. Mist. Erst in der Verteidigung. Sehr schön. Jetzt komm. Nein. Vorlage noch gegeben. Boah. Ach du heilige Mutter. Boah. Das war. Das war gerade richtig knapp. Jetzt hat. Nein. Oh mein Gott. Nächster Versuch. Ja. Deine Chance. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell nach hinten. Kriegen wir es noch hin. Ja. Oh. 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 Zu spannend. Nein. Sorry. Oh mein Gott. Ja. Nein. Oh nein. Ja. Huff. 13 Sekunden. Das haben wir eigentlich verdient. Komm. Nein. Das hätten wir so verdient. Okay. Zu zweit. Waren wir sehr gut. Also. Perfekter Teammate gewesen. Aber trotzdem. Voller an. Nichts ist game. Boah. Das hat jetzt schon Aufregung reingebracht hier. Alter. So läuft. Das dauert ja sehr lange. Ja. Was machen das auch für Gegner hier? Alter. Das dauert ja. Ewig. Ja. Ja. Jetzt Beitritt läuft. Mal gucken. Wahrscheinlich wieder zwei Spieler von drei da. Okay. Die Lotte pick. Okay, let's go. Hätte ja sein können. Okay. Sehr guter Schuss, aber der war zu weit. Vorlage und da hat ihn noch weggekratzt. Vorlage, Latte back. Ah, Torschuss daneben. Bisschen Gefühl noch mit reingegeben. Okay, jetzt nochmal der Versuch. Weg damit. Latte back, probiert's nochmal. Fast den Ball noch wegschlagen, ja. Alter. Jetzt also. Okay. Haben wir den Ball bekommen. Schön. Angriff läuft. Die haben ihn aus der Gefahrenzone. Ich lukfe nochmal nach oben. Flapstick. Hm. In chairman Schüsse ist slapstick. Super. Der könnte sogar gehen. Leider nicht. Lass ihn nochmal aufprallen. Durchschuss. Jetzt hat er nochmal die Chance. Nachschuss. Und Ball ist drin. Guter Pass. Ja, den haben wir uns erarbeitet. So muss das. Jetzt am besten eine Führung ausbauen. Der kommt gefährlich. Boah. Sehr schön. Ein bisschen Wust einsammeln hier hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist eine Gemeinschaftskooperation gewesen. Zu diesem Eigentor. Oh ja, komm. Super. Oh, er macht ihn nicht. Ich hab gewusst, er kommt von hinten. Da hab ich frei gemacht. Und er simmelt drauf. Und Ball. Ja, der könnte gefährlich. Na. Shit. Keiner mehr da. Keiner mehr da. Boah, Scheibenkneister. Sehr schön. Jetzt. Ich geh mal mal spielen gelassen. Ja, hau ihn. Boah. Guter Schuss, sag ich jetzt mal. Ich glaube, ich hab ihn da reingeschlagen noch. Alter. Aber schön ins Eck unten rein. Sehr schön. Blöd. Ja, alles gut. Alles gut. Eine knappe Minute noch. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Kommt da jemand? Nee. Jetzt hat. Ich geh mal nach hinten. Absichern. Torschuss. 30 Sekunden. Boah. Was war denn das wieder? Ey. Jetzt noch das Gegentor. Das wäre so irrenlos. Okay. Und hat der Back und der geht. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Aber gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Sehr schön. Und alle guten Dinge sind drei. Mach mal noch ein. Ich seh gar nicht das Liga-System. Wo ich jetzt bin. Platin auf jeden Fall. So. Jetzt hat. So mal angeschnitten. Komm, mach ihn. Boah. Knapp. Knapp. Schon mal das erste Ausrufezeichen. Ah. Pickelchar. Hier. Gurkenglas. Macht hier. Den Führungstreffer für die Gegner. Oh Gott. Da kommt was. Abgewehrt. Obwohl meine Nase juckt. Okay. Den habe ich kommen sehen. Jetzt kommt da Möglichkeit. Für uns. Mist. Komm, Levonitsch. Ab in die Defensive wieder. Jetzt. Er holt sich den Boost ab. Da konnte ich in der Situation nichts anderes machen. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Leider nicht. Vom Erfolg gekrönt. Uff. Den hätte ich getroffen. Hätte. Er kommt in Richtung Tor geflogen. Oh mein Gott, ey. Den habe ich selber reingemacht, ey. Schöner Schuss. Ja. Ja. Das war meine Schuld. Ja, vielleicht mache ich es wieder gut. Wasch. Ey, Pech kann man noch haben hier. Boah, okay, 3-0. Aber wir haben noch 3 Minuten. Leute, 3 Minuten, da kann noch viel passieren. Okay, bei 2 Minuten würde ich jetzt nichts mehr machen, aber die haben schon abgeschlossen damit. Jetzt. Oh, geht nicht. Warum geht da keiner ran? Spielt ja da hinten jetzt. Oh, geht nicht. Warum geht da keiner ran? Spielt nicht mehr ordentlich, habe ich das Gefühl. Hat keinen Bock mehr. Schön. Jetzt komm. Komm, 2 Minuten noch für 3 Tore. Muss doch zu schaffen sein. Komm, mach ihn. Treff ihn. Hm. Blöd. Was? Super Tor. Was? Habe ich ihn mit reingeschmissen, ey. Ja, die haben noch eine klitzekleine Chance, aber da muss jetzt sofort das Tor kommen. Ja. Oh mein Gott. Yes. Okay. Okay. Noch ein Tor. Das kriegen wir hin. Eine Minute 10. Let's go. Das wird's. Das wird's, Leute. 56 Sekunden. 56 Sekunden. Schön. Wah. 30 Sekunden. Wir kriegen's noch. Wir kriegen's noch. Ich hab's im Gefühl. Mist. 20. Oh nein. 10 Sekunden. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Komm. 5 Sekunden noch. Hau ihn rein. Hau ihn rein. Komm. Ah. Schade. Ah. Trotzdem noch gutes Spiel. Vielleicht wegen meinem Eigentor hier noch verloren. Naja. Ja. Ja, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.